Gehört die Schweiz der globalen Pharma-Lobby, genau darüber wird am 22. September abgestimmt. Der Pharma-Lobby reicht es nicht mehr, wie bei der Schweinegrippe nur satt abzukassieren. Deshalb haben Lobbyisten dem Bundesrat das neue Epidemiengesetz, EPG, diktiert. Wenn die WHO das nächste Mal aus einem Schnupfen eine globale Pandemie macht, dann drohen in der Schweiz massenhafte Zwangsimpfungen. Das Quecksilber aus dem Pandemie-Impfstoff Pandemrix gäbe es dann als gesetzliche Zwangsmaßnahme, inklusive der harten Nebenwirkungen, die bei Impfungen auftreten können. Warum engagieren sich so viele Menschen gegen das neue EPG? Weil sie wissen, was drinsteht. Begleittext Punkt 331 Bei der Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten gibt es Situationen, in welche die verfassungsmäßig geschützten Grundrichter des Einzelnen beschränkt werden müssen. Hierbei kann die Anwendung von Zwangsgewalt erforderlich werden. Bei der Abstimmung am 22. September geht es genau darum. Impfstoffe haben Nebenwirkungen, die auch dramatisch sein können. Doch Impfung per Zwangsgewalt droht uns allen bei der nächsten Möchtegern-Pandemie. BAG, Bundesrat und Kantone haben schon damals die Gefahr völlig falsch eingeschätzt. Soll so etwas wie die Schweinegrippe verfassungsmäßige Rechte der Schweizer Bürger bedrohen? Soll die Schweizer Gesundheitspolitik noch absurder werden als im Jahr 2009? Die Gegner des EPG sind gegen Impfen per Zwang zum Nutzen einer sehr kleinen Minderheit. Speziell die Artikel 22, 35 und 37 des EPG stoßen auf Ablehnung. Zwangsimpfungen, Zwangsmedikationen und sogar Quarantäne, also Freiheitsberaubung. Soll so etwas in Zukunft wirklich typisch schweizerisch sein? Den Gegnern des neuen EPG geht es um die wahren Werte der Schweiz. Um die Unabhängigkeit des Landes und um das Recht eines jeden Bürgers, sein Leben selbst zu bestimmen. Deshalb stimmen Sie am 22.09. mit Nein gegen das neue Epidemiengesetz EPG. Impfen muss freiwillig bleiben. Freiheit oder Pharmadiktat. Am 22.09. haben Sie die freie Wahl. Am 22.09. haben Sie die freie Wahl.